Hallihallo! Hallihallo! Dies ist ein Video von Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn für eine Zuschauergruppe, die bisher von mir nicht angesprochen wurde. Ich hatte einen Laptop einer jüngeren Dame, einer sehr jungen Dame, und der war beklebt mit Herzchen und Sternchen und ganz viel Blink-Blink und es mussten natürlich Pferde drauf. Also wie gesagt, dieses Video ist für Männer nicht geeignet. Gut, nicht so weit ich würde für Zuschauer aus alles tun. Das wäre eine Untertreibung. Jedenfalls habe ich mir ein kleines, schönes Hintergrundbild aus dem Original Ubuntu 14.10 Unicorn gemalt in den passenden Farben zu dieser Klientel mit Sternchen und Härtchen und Pferdchen. Pferdchen! Also wer jetzt gedacht hat, das kann nicht schlimmer kommen, der kann ja nur OB kommen, Onboard-Bildschirmkastatur, der hat sich getäuscht. Es wird auch traurig, Entschuldigung. Ich war jung, dumm, und ich brauchte die August, meine Frauenquote ist zugelegt. Wir suchen mal, ne, liebe Damen, ja, Jürgen, wir suchen eine Hanna, Hanna. Männer, schaut weg, ihr könnt's nicht außerglauben, dass wir erinnern müssten. Also, ja, gut. Hilf Hannas Pferd, ne? Wer jetzt noch nicht genug hat, ne? YouTube mit Unicorn in Röse, ne? Das wird auch schlimmer. Der kann mal Hilf Hannas Pferd installieren. Hilf Hannas Pferd. Nun, gut auch für Eltern, wo die Kinder zu Weihnachten sagen, ich will ein Pferd, ne? Kannst du sagen, kriegst ein Laptop, kleb dir Herzchen drauf und starte das Programm. Ja, schmink dir das Pferd ab. Gut, worum geht's in diesem Punkt? Es wird auch schlimmer. Worum geht's? Die Geister verstorbener Jockeys jagen irgendwie ein verstörtes Mädchen ohne Nase. Es wird schlimmer. Dass zu wenig Gemüse isst und voll auf Drogen isst. Leert das zu drücken, ne? Deshalb muss sie ganz viel pillen, ne? Also, da sind alle Pillen, die müssen sich alles sammeln, ne? Quasi die Pille, ne? Da wären wir wieder bei O.B. Warum's hier deutlich mehr Pillen gibt als Gemüse, ja... Spätestens nach dem Ansehen dieses Videos werdet ihr die Drogenbraucher get ready. Ja, gut, hilf, Hannas Pferd. Wird auch schneller hin. Wem das doch nicht reicht? Ja, das noch nicht reicht, entweder trau ich. Kann er in seinem rosa Terminal? Zum Beispiel, entschuldigung, ich brauch dir wohl. Angeben, Hanna, Hanna, doch. Minus, ein Minuszeichen. Full. Mit zwei L. S-C-R-E-E-N. Hanna, Minus, Fullscreen und das Leerzeichen dazwischen nicht vergessen. Dann seht ihr die Droge nach dem Rollbild. Achtung. Das besteste, leerteste Drücken. Und jetzt geht es los. Pillen sammeln. Gemüse gibt es zwischendurch auch für die Eltern als Beruhigung. Knapp. Weniger fürs Pferd als für die Gesundheit. Hanna sammelt Drogen, Pillen, braucht kein Pferd zu Weihnachten, kriegt den ausrangierten Laptop vom Opfer. Und hat damit glücklich zu sein schließlich dieses rosa Pferd drauf. Entschuldigung. Ja. So. Hiermit hätten wir endgültig meine Zuschauerquote ins Minus gerannt. Also, wer hat wie gesagt die Utopic Unicorn und das haltet haben will, weil der Pferd auch wieder rund ist. Hier steht ein Pferd auf dem Desktop. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Das Hintergrundbildchen, das ich unter Schmerzen erstellt habe, werde ich euch auf die Google Drive hochladen. Ich hoffe, alle Mädchen haben jetzt ein hübsches Härtchen und Sternchen und blink blink auf dem Desktop. Und tschüss.